so dann öffnen wir das hier noch machen die an und so schön oh leute ihr seid schon da ja gut ihr seid genau rechtzeitig gekommen zu meinem zwei jahre special ja mein kanal ist schon zwei jahre alt genau heute ist er zwei jahre alt geworden dazu habe ich hier so einen kleinen kuchen gebaut orange und blau und mit zwei kerzen drauf ja das ist eine lange zeit her genau ein jahr jetzt ja letztes jahr da hatte ich erst 50 abonnenten inzwischen habe ich schon 220 das heißt in diesem einen jahr habe ich 170 abonnenten mehr vielen dank leute dafür 170 abonnenten innerhalb eines jahres das ich finde die worte nicht ja also das ist wirklich wirklich verrückt von euch ja wenn ihr letztes jahr schon dabei war also schon ein alter hase dann wisst ihr was auf euch zukommt letztes jahr habe ich von vom geburtstag bis zu weihnachten also zehn tage lang videos hochgeladen jeden tag eins und das werde ich dieses mal auch versuchen ja und das hier ist dann natürlich das erste video ja ich werde eine menge sfs hochladen und auch ein bisschen dictators no peace ich glaube dann werde ich auch dictator spannen anschließend werde ich vielleicht wieder mit minecraft oder so angefangen je nachdem worauf ich dann so lust habe je nachdem worauf ihr auch lust habt so langsam kommt ja auch das 1.17 update jetzt noch nicht aber bald und da gibt es ja den neuen skulk sensor falls ihr da aktiv bei minecraft dran seid das wird auf jeden fall sehr schön ansonsten war ich jetzt erstmal nur noch sfs videos nachdem diktators no peace fertig ist und ja vielen dank leute dafür dass ihr mich schon zwei jahre unterstützt echt verrückt von euch und ich würde sagen wir sehen uns morgen bei einem neuen video video tschüss